Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Spülmaschinentabs. Der Qualitätssieger in unserem Spülmaschinentest geht an das Finish Classic. Für ein glänzend sauberes Spülergebnis der Powerball der Finish Classic Geschirrreinigungstabs weicht selbst die härtesten Verschmutzungen ein und sorgt für sauberes Geschirr und Glas. Dank der Aktiv-Einweichstoffe können selbst angetrocknete Speisereste zuverlässig entfernt werden auch hartnäckiger Schmutz wie Kaffee und Teeflecken. Die Geschirrspülmaschinentabs lösen sich beim Spülvorgang komplett auf, ohne dabei Rückstände in der Geschirrspülmaschine zu hinterlassen. Für die optimale Geschirrreinigung wird empfohlen, zusätzlich das Finish Spezial Salz sowie den Finish Klarspüler zu verwenden Anwendung einen ausgepackten Tab in die Dosierkammer legen. Finish Classic Spülmaschinentabs für eine kraftvolle Reinigung. Der Powerball enthält aktiv Einweichstoffe, die selbst härteste Verschmutzungen einweichen, sodass sie einfach weggespült werden können. Für ein sauberes Ergebnis, den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Somat Gold Spülmaschinentab. Somat Gold der goldene Standard gegen Eingebranntes. Dank seiner Extra-Kraft gegen Eingebranntes wird selbst hartnäckigster Schmutz ohne vorheriges Einweichen entfernt. Zudem wird dank des Trockeneffekts auch Plastik mühelos trocken und es ist kein nachträgliches Trocknen mehr notwendig. Somat Gold wirkt außerdem effektiv gegen Tee- und Kaffeeflecken und sorgt bereits ab 45 Grad für ein ideales Spülergebnis. Neben der Salz- und Klarspülerfunktion, schützt der Geschirrreiniger Gläser vor Glaskorrosion. Das bedeutet Gläser werden zwar von Schmutz und Wasserecken gereinigt, aber gehen dabei nicht zu Bruch. Die Multifunktionstabs mit der Tiefenreinigungskraft bieten auch eine Lösung für hartnäckige Anschmutzungen, wie beispielsweise von Scherealien. Die schnell auflösende Formel ist außerdem perfekt geeignet für Kurzgramme. Lästiges Auspacken des Tabs entfällt dank wasserlöslicher und biologisch abbaubarer Hülle. Der wasserabweisende Beutel erleichtert flexibles Verstauen und ist mit einem praktischen Zipper für bequemes Öffnen und Wiederverschließen ausgestattet. Ohne Aufwand zu einem brillanten Spülergebnis, dank unserem Somat Gold. Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen ist das Somat phosphatfrei. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Spülmaschinen-Etapp-Test ist das Somat Classic. Somat Classic eignet sich ideal für die tägliche Reinigung von Geschirr und sorgt für ein brillantes Reinigungsergebnis. Tee- und Kaffeeflecken sind oft nur sehr schwer zu entfernen. Dank der Extra-Kraft von Somat Classic stellen aber selbst diese hartnäckigsten Flecken kein Problem mehr dar. Außerdem schützt die selbstaktive Formel der Geschirrspül-Tabs ihre Gläser vor Glaskorrosion und sorgt für strahlenden Glanz. Die Spül-Tabs sind schnell auflösend und sorgen somit auch für Tiefenreinigung im Kurzprogramme. Das brillante Reinigungsergebnis wird schon ab 45 Grad erreicht und hilft somit die Umwelt zu schonen. Für ein ideales Spülergebnis sollte zusätzlich Somat Spezial Salz und Somat Klarspüler verwendet werden. Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen ist das Somat Phosphat frei. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.